Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Monster Hunter World und heute treten wir gegen den Welchenfresser an, gegen Dämonium. Und ich habe mich vorbereitet, ich hoffe ich bin gut vorbereitet, meine Tasche ist gefüllt. Ich habe mir meine Waffe ausgesucht. Und ja, wir nehmen die besondere Aufgabe an, der Herr der Nahrungskette. Oh, ich freue mich. Wir gehen zuerst essen. Wir gehen zuerst essen, das ist wichtig. Ich habe so Bock auf diese Quest, ihr habt gar keine Ahnung. Ich habe richtig... Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Bestes Monster. Also eins der besten. Sagen wir eins, es gibt zu viele. Eins der besten. Eins meiner liebsten. Okay. Los geht's. So. Wir packen alles ein. Oh. Naja, es hieß doch, dass sie zurückbleiben wird. Das wurde mir doch gesagt. Die Wildexpertin ist nicht da. So, wir gucken mal. Genau, wir gehen direkt hierher. Und ja, wir gehen mal los. Wir warten gar nicht lang. Oh. Hä? Ich dachte, haben die mir nicht... Haben die mir nicht gesagt, dass die Wildexpertin nicht mit in den uralten Wald kommt? Weil... Mein Plan, fast alles Ess- und Trinkbarre in der neuen Welt zu katalogisieren, ist fast abgeschlossen. Okay. Ist mir egal. Ich, ich mache einfach mal. Opa, Vater, ich wünsch dir, ihr werdet hier, um es zu erleben. Hupsala. Okay. Hä? Hä? Wo soll ich jetzt was? Wo willst du denn jetzt hin? Immer noch da lang. Ich bin verwirrt. Wir gehen weiterhin da lang. Na gut. Ach, so ist das. Ach, so ist das natürlich. Okay, das verstehe ich. Das macht natürlich Sinn, wenn sie ihr das einfach nicht erzählt haben, dass sie dann hier rumrennt. Klar. Oh, ich freue mich. Warte, die brauche ich. Ich mir die. So, wir folgen weiter. Ja, fühle ich voll. Essen ist toll. Ich kann da voll relaten mit ihr. So, wir nehmen natürlich auch die Spuren, so gut es geht mit. So gut wir können. Gibt Punkte und Level. Hi. Wir haben sie gefunden. Ach, schön. Schön. Ach, schön. Ach, schön. Auf geht's, meine Kinder. Ja, ja. Ja, ja. Wir besiegen den Weltenfresser. Huh. Der ist so schön groß. Aufpassen. Gibt's da da. Oh, aufpassen. Aufpassen. Der will uns an die Höhre, gell? Oh, das ist so schön. So, noch geht's mir aber ganz gut. Noch fühle ich mich wohl. Man kann seinen Schwanz abschlagen. Das ist bei dem dicken Ding ganz schön befrieden. So, der Jagdras durfte gehen. Wo ist denn jetzt die Wildexpertin? Ist die immer noch auf der Aube drauf? Ja, ne? Wartet. Gerade anderes Blick. Oh, warte. Oh, ja. Wow! Der ist... Der springt weit, ne? Habt ihr gemerkt? So, wir nehmen die mal mit. Ja, was denn? Geht's dir gut da oben? Fühlst du dich wohl? Oh, er ist ein bisschen erschöpft jetzt. Der Sprung war aber auch... Ziemlich weit. Fühl ich da voll. Was macht er denn da? Er schreit. Er schreit mich aus der Luft. Oh, er ist wütend. Seht ihr das? Er ist ein bisschen rot. Rot vor gut. Ah! Oh, warte. Er hängt da drin fest. Geil. Oh, Mist. Das ist gar kein guter Zeitpunkt. Na gut. Ich nehme es hin. Hallo? Oh, er schläft. Er schläft. Er schläft. Gut. Dann... Was? Ach so! Oh, schön. Okay, ciao! Oh, schön. Ach, wunderbar. Was eine tolle Kraft ist das, euch. Das will ich haben. Sehr gut. Oh Gott. Na, warte, warte. Okay. Wir reiten. Sehr schön. Wir wollen aber dahinten hin. Okay, jetzt festhalten. Und nochmal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sieht gut aus. Ich mach das toll. Ja. Ja, jetzt komm. Lass mich. Ja. Oh. Ey, ja, krass. Geh. Geh davon. Ich will jetzt hier drauf hauen. Der nervt mich jetzt hier nicht, ey. Sag ich euch. Und ich treffe halt auch nicht. Oh, ich treffe gar nicht. Ja, gut. Hab ich gut gemacht. Aber wir treffen das. Oh. Oh. Habt ihr einen Revierkampf vielleicht für mich? Oh, da ist er. Oh, seht ihr das? Wie schön das ist. Nicht die Streunus. Nimm den Schwanz auf. Okay, will er nicht. Will er nicht. Will er gar nicht. Na, ich nehme jetzt gar nichts mehr durch mit, gell? Ist okay. Ist okay. Jetzt geht doch mal fort von mir. Jetzt. Komm. Lass mich. Okay. Okay. Ich hab's. Ich hab's. Oh, ja. Mach platt. Das ist so cool, ne? Oh. Ja. Das ist Hilfe. Oh, da liegt noch was. Das will ich haben. Ach, ist groß. Ja, krass. Ist mir egal. Ich nehme es trotzdem. Hallo? Ich nehme alles mit, ne? Nur wieder nicht das, was ich mitnehmen möchte. Oh, ich dachte gerade, da kommt Angie noch um die Ecke. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn Orange bei dir? Vorderarm? Ach, keine Ahnung. So, er ist fertig mit dem Jagras. Wir aber nicht mit ihm. Oh, ich liebe große Monster. Ich liebe das so sehr. In dem kannst du so schön rumschubbern. Ist so toll. So, jetzt haben wir das bekommen. Oh. Der kann gut zielen. Nee, das war ins Bein. Okay. Oh, der ist aber auch riesig, ne? Ist schön. Okay. So, das. Noch mussten wir uns nicht mit einem Trank heilen. Kann das sein? Na doch, einer. Okay. Einen haben wir gebraucht. Halbster will. Aber wir nehmen die Spuren aber mit. Ja, sehr gut. Die sind wichtig. Dass wir da am Level aufsteigen. Das wollen wir nämlich. So, noch mehr Spürchen. Wo ist er denn? Da unten. Hallo, kannst du? Danke. Ans Kinn finde ich auch gut. Huiuiui. Eieiei. Bleib mal liegen. Wir stehen auf. Was macht er? Ich hab keine Ahnung. Ihm geht's gut. Uiuiui. Er hat mich. Er hat mich. Nein, hat er nicht. Doch, er hat mich. Okay, wir liegen kurz. Wir liegen. Oh, raus, 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 raus. Das war ein bisschen gruselig. Ich mag das nicht, wenn Monster eins und Bram. Das ist unangenehm. Nicht nochmal, bitte. Was macht das denn da? What are you doing? Weiß er selber nicht. Er ist doch auch nur ein Gürkchen. Guck mal, da schläft er. Oh nö, ich hab keine. Ich bin aber auch doof, gell. Ich sag's euch, wie's ist. Na egal, jetzt mir die Chance. Sir. Oder auch nicht. Oder jetzt. So. Machen wir weiter. Oh, das war gut. Oh, das war schön. Oh, das war schön. Das nicht. Der springt hier durch die Gegend. Das ist unfassbar. Ich würde gerne nochmal so richtig durchratschen. Aber er lässt mich nicht. Ja, au. Das war sein gemeiner Rücken. So. Oh Gott. Okay, das war. Das war okay. Das war. Nein, 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 nein. Das kannst du vergessen. Ich hasse das, auf so Schrägen zu kämpfen. Ich hasse das wirklich. Okay, wir reiten nochmal. Das bin ich gut. Und. Nach vorne. Wir wollen an den Kopf, würde ich sagen, oder? Wollen wir es an den Kopf schaffen? Ja. Da sind wir. Und jetzt versuchen wir da zu bleiben. Wo willst du denn hin? Oh nein, nochmal vor. Nochmal vor. Und jetzt. Jetzt. Nein. Nein, willst du nicht? Nein. Ah, okay. Keine Ahnung. Mach, was du willst. Mach, was du willst. Wir sind schon wieder unscharf. Das ist wirklich unklimm. Und er geht wieder. Na gut. Wie schön er klettern kann. Seht ihr das? Cool. Einfach ein durchwärtscooles Monster. Riesig. Kann klettern. Was kann es eigentlich noch? So. Wo müssen wir ihn hin? Müssen wir ihm da oben lang folgen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe. Eigentlich. Warte mal. Wo ist er denn jetzt hin? Da unten. Okay. Glaube ich. Wir gehen einfach mal da runter. Und ich hoffe, er ist da irgendwo. Er ist da oben unterwegs. Jetzt da hier, oder? Ja. Okay. Okay. Da kommt die nächste Katze. Es tut mir so leid, dass hier in jeder Folge es Katzengeschrei ist. Falls ihr das hören könnt. Oh. Ups. Warte. 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 Okay. 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 Sehr gut. Wir haben einen kurzen Moment. Er steht still. Er steht still. Oh. Und da steht er noch mal still. Und dann machen wir einmal den hier. War jetzt schön. Das war jetzt einfach. Oh. Da war unser rotes Dingens leer. Wir holen es uns wieder. Komm schnell. Dann wird er dran. Und dann wird er dran. Das ist sehr schön gewesen. Er geht wieder weg. Wieso geht er? Gehst du? Was machst du? Ich weiß nicht, was er tut. Er will fressen. Das kannst du voll abhaken. Hörst du mal bitte auf? Hörst du mal bitte auf zu essen? Please. Nö. Ich mach einfach weiter. Da kannst du mal sehen. Oh. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Nein, 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 nein. Wow, wow, wow. Oh. Ja, das läuft. Das läuft. Ich fühl mich wohl. Das sag ich immer. Und dann fühl ich mich nicht mehr wohl, ne? Das kennen wir schon. Oh, please. Don't. Oh, jetzt hat er damit angefangen. Oh, jetzt hat er damit angefangen. Oh. Du hast die Drachenpest. Ja, ich hab die Drachenpest. Das ist ganz toll. Warte. Ii, warte, warte. Warte, warte. Okay. Okay, wir haben die Drachenpest. Nimm. Und wir haben sie. Wir haben sie wieder. Nochmal bitte. Nochmal eine Nuss essen. Okay, sehr gut. Und jetzt wieder dran. Und jetzt, jetzt, jetzt. Au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au. Okay, das ist uncool. Oh, shoot. Oh, shoot. Oh, shoot. Oh, shoot. Wo ist mein Trank? Da ist mein Trank. Nimm, 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 nimm. Trank, 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 Trank. Ha, ha. So, und jetzt ran. Jetzt bitte ran. Okay. Ich weiß nicht, warum er so viel stampft. Aber ich gönne ihm das. Uh, das war schön. Uh, das war schön. Und noch mal. Ah, toll. Ah, wunderbar. Also, ich muss aber langsam wirklich mal schärfen. Okay, bereiten wir mal. Nehme ich auch. Nehme ich auch. Ah, toll. Ich freue mich gerade über alles, was passiert. Und da falle ich. Das war mir knapp. Da habe ich doof reagiert. Okay, wir bleiben kurz. Oh, okay. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Nochmal dran. Ich hoffe, er geht gleich. Wobei, kann ich kurz? Ne, oder? Kann ich kurz? Habe ich kurz? Er ist auf mein Kätzchen. Ah, okay. Das nehme ich hin. Das habe ich hingenommen. Das habe ich auch. Gott, jetzt lege ich aber. Uh. Wir haben die Wasserpest. Auch ungeil. Auch ungeil. Sehr ungeil. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ähm. Wir nehmen einmal noch so ein Ding. Und dann wieder Richtung Tränke. Und dann schnell weg. Dann schnell weg. Dann schnell weg. Und dann dran. Und dann schnell weg. Oh. Das war so knapp. Oh, das ist nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Raus, 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 raus. Okay. 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 Alles ist fein. Katze. Danke. Mein Kinsekt hängt noch dran. Das ist gut. Okay. Wir machen weiter. Ganz ruhig alles. Bloß nicht stressen lassen. Das wollen wir nicht. Oh. Und da fällt er. Und da fällt er. Sehr gut. Sehr gut. Auf. Oh. Das war nicht der Kopf. Oh. Ist er jetzt wieder? Hat er gar keinen Bock, ne? Hat er gar keinen Bock. Lass mich mal kurz. Lass mich mal kurz, please. Okay. Oh Gott. Oh. 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 Aber gut. Aber gut. Weiter drauf. So gut. Wir können. Oh Gott. Ähm. Wir machen einmal den noch. Und dann wieder ran. Dann wieder ran. Wihihi. Und. Okay. Okay. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ja. Und dann einmal. Komm. Oh. Sehr gut. Und weiter drauf. Ah. Uh. Das ist gar nicht. Das ist uncool. Oh. Ja. Da war ich drin. Nein. Da war ich nicht drin. Jetzt geht er weg. Jetzt geht er weg. Aber er. Er geht ganz normal. Er geht ganz normal. Ist gut. Ist gut. Ich nehm's hin. So. Wir schärfen erst mal. Es tut mir wirklich leid, wenn man die ganze Zeit meine Katze hört. Ich kann's mir leider nicht aussuchen. Damit müssen wir jetzt gerade mal leben. Aber ich denke mal, der Kampf, der ist so spannend. Das kriegt ja alles gar nicht mit. Das kriegt niemand mit, was hier passiert. So. Was macht er denn da unten? Wo ist er? Der ist so schnell, ne? Der ist so schnell unterwegs, der Typ. Mein Fuß schläft ein. Das ist auch toll. Ich sitze die ganze Zeit drauf. Eui, 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 eui. Okay. Okay. Drauf. Hoch. Und los. Und drüber weg. Das ist gut. Oh. Der ist so schön lang. Ah. Das ist voll nice. Okay. Okay. Ich hoffe. Ich hoffe. Oh. Shoot. Nee, 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 nee. Das war sehr schön. Da habe ich die Chance genutzt. Mach das nochmal. Und. Egal. Hauptsache, ich bin ausgewichen irgendwie. Hauptsache, ich bin ausgewichen. Oh. Dann müssen wir raus. Wieso drehst du dich so viel? Pumpelst du jetzt mal mittlerweile? Nein. Tut er nicht. Tut er nicht. Wir schärfen nochmal. Ich würde gerne mit den Drachenkapseln an ihn ran, aber er legt sie schnell hin. Ich würde gerne, dass er sich hinlegt. Dann weiß ich auch, dass ich das einigermaßen gut hinbekomme. Die auch zu benutzen, ne? Der ist viel zu schnell. Ich komme gar nicht nach. Aber wir können ein bisschen... Was? Tobi Kadachi spuren. Okay, nehme ich mit. Nehme ich mit. Einmal das. Und einmal das. Sehr gut. Und dann sind wir gleich wieder da. Da ist er. Ist er allein. Der ist halt... Oh, oh Gott. Gajalakas macht was und steht nicht nur da rum. Uh, ja. Oh, was? Okay. Ähm, wollen wir mal... Einfach mal machen. So. Ja. Das war gut. Wir rennen an seinen Kopf. Und versuchen draufzuhauen. Wir versuchen, so gut es geht. Ich weiß, dass ein Gajalaka den ignorieren will einfach. Ich will Schaden drücken. So gut ich nur kann. So, dann einmal... Okay, dann jetzt wird er... Er humpelt. Er humpelt. Er humpelt. Er humpelt. Okay. Okay. Wir schärfen nochmal. Ach, sehr gut. Er humpelt weg. Da hat er meine Katze vergiftet und weggeschleudert. Finde ich auch nicht okay. Finde ich absolut nicht okay. Ich glaube, meine Katze räumt auch gerade das Regal aus. Ich ignoriere das jetzt. Wir machen das jetzt hier fertig. Das ist alles okay. Hier wird randaliert. Das passt schon. So, auf nach oben. Das wird ja jetzt nicht mehr lang dauern. Wir haben einen Fass. Wir haben einen Fass. Jetzt haben wir keine Kapseln mehr. Wir haben nichts mehr. Ich habe glaube ich auch meine... Meine... Ach wie heißt es? Meine Fassbomben nicht dabei. Was ich auch super finde. Wir sind nahe nebendran. Wir müssen gleich ein bisschen Abstand nehmen. Legt er sich da oben hin? Er legt sich da oben hin, ne? Legt er sich überhaupt hin? Er frisst. Er hat gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Achso, warte. Ich habe ja gar nichts dabei. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weg, 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 weg. Ihr könnt gerne noch ein bisschen helfen. Ja, da ist ja, Lacka, ist nicht voll dabei. Wenn ihr Lust habt, gerne mitmachen. Der ist groß genug für uns alle. Okay, was, 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 was? Wieso ist er weiß? Oh Gott. Achtung, Achtung. Okay, wir gehen weiter drauf. Wir machen den. Ja, okay, okay, cool, 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 cool. Cool. Okay, wunderbar. Wir sind drauf. Das wird schon. Halb so wild am Ende des Tages. Halb so wild. Und nochmal den hier. Ja, ja. Und nochmal. Yep, yep, yep. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut, sehr gut. Und nochmal vor, nochmal vor, nochmal vor. Und jetzt, jetzt fall. Jetzt fall. Jetzt fall. Leg dich hin. Sehr gut. Sehr gut. Und drauf mit uns. Drauf, 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 drauf. Wir wollen jetzt Schaden machen. Wir wollen jetzt Schaden machen. Wenn ich den treffe, nicht als... Oh Gott. Oh Gott, ich penne ein einfach. Die haben mich schlafen gelegt. Ich fass es nicht. Er schläft auch. Er schläft auch. Er schläft auch. Wir schlafen alle. Okay. Danke, Kätzchen. Noch einmal den hier machen. Greif den jetzt nicht an, bitte. Das würde ich machen. Und drauf, drauf, drauf. Huh, huh, huh. Oh, gut. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben noch sein Kind kaputt gemacht. Das ist meine Partnerin. Ja, klar bin ich das. Guckt euch das an. Da liegt er. Ich hab's geschafft. So, was kriegen wir? Eine Kralle. Eine Lederhaut. Eine Schuppe. Und noch eine Lederhaut. Oh, gut. Da ist er. Guckt ihn euch nochmal an. Ihr wisst, warum man es Gürkchen nennt, würde ich sagen. Das ist offensichtlich. Und ja, da gucken wir, da sehen wir. Wir sehen uns gleich wieder. So. Oh. Wir haben ein bisschen Lederhaut. Wir haben drei Schwänze gekriegt. Krass. Ganz viele Knochen. Wunderbar. Was kriegen wir da raus? Ein Nahtbewähl. Okay. Wunderbar. Viel Geld bekommen. Zeug bekommen. I'm happy. We did it. Ich mag die Quest sehr gerne. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir natürlich erst mal. Warte mal. Wir gehen erst mal hier hin. Ah, wir müssen auch noch berichten. Das machen wir auch. Und dann gehen wir uns noch schnell in der Schmiede die Restore angucken. So. Bitteschön. Oh, traufrichtige Entschuldigung, dass du warten musstest. Du hast in unserem Auftrag gute Arbeit geleistet. Lass uns woanders reden. Ja, schon wieder mal, dass die immer woanders hinwollen. Es ist einfach nur da am Tisch. Hey, Partnerin. Gute Arbeit da draußen. Und vielen Dank für deine Hilfe. Tut mir leid. Oh, das war wirklich exzellent, Jägerin. Selbst der Admiral hätte es nicht besser machen können. Ich muss jedoch fragen, was in Astera du da draußen gemacht hast, verehrte Wildexpertin. Okay, also das mag jetzt vielleicht ein Schock sein, da ich nicht so oft drüber rede, aber ich liebe Essen von ganzem Herzen. Ich bin so eine richtige Feinschmeckerin. Daher habe ich beschlossen, alles Essbare in der neuen Welt zu dokumentieren, um ein Lexikon zu schreiben. Ich hatte für eine Weile im Lager nichts zu tun, also bin ich los und habe nach Zutaten gesucht. Tut mir leid, ich konnte mich nicht bremsen. Zu viel lecker aussehende Dinge in der neuen Welt. Oh, verstehe. Du bist eine klassische Traufgängerin. Mag ich. Trotz der Gefahr hast du nichts falsch gemacht. Es ist besser, sein Leben bei der Jagd auf seine Träume zu riskieren, als ein fauler Nichtsnutz zu sein. Weißt du was? Wir alle haben unser Leben riskiert, als wenn wir in die neue Welt gekommen sind. Wir sind halt so. Äh, reißbar, reißbar. Zurück zur eigentlichen Sache. Mutige Jägerin, wir haben etwas für dich. Das ist das neue Spezialwerkzeug, das wir dank deiner Informationen über den Demolio entwickeln konnten. Ja, wir wissen, dass du es weise nutzen wirst. Äh, ja, nun, wir müssen wieder da raus und unsere Forschung fortsetzen, liebe Wildexpertin. Wir freuen uns, eines Tages dein Werk zu lesen. Pass auf dich auf und möge der Saphirstern deinen Weg erhellen. Okay, danke. Was habe ich gekriegt? Ein Drachenschutzmantel. Yay! Das ist gar nicht mal so verkehrt. Optionale Quest. Bitte was? Warte mal, was? Hä? Hä, was, was, was? Keine Ahnung. Ich gucke mal kurz. Ich versuche, über das Maunzen meiner Katze hinwegzudenken. Ähm. Neue, optionale Quests. Das war hier, ne? Da, nee. Ach, keine Ahnung. Irgendwas Neues haben wir bekommen. Da haben wir aber schon erstmal alles fertig. Das haben wir fertig. Und nö. Ist okay, ist okay. Alles, passt alles. So, dann gucken wir uns einmal noch schnell uns die Ausrüstung an. Jetzt nehme ich die hier. Ist auch sehr cool. Was kann die? Teile Zerstörer und Handwerk. Uh. Handwerk ist halt voll gut, ne? Wenn man das kombiniert mit den, mit den Beinen, wenn man das denn möchte, ist das schon nicht verkehrt. So, dann schauen wir noch mal kurz hierher. Ob es hier irgendwas Neues gibt. Das weiß ich wieder, wie immer nicht. Wie immer weiß ich das nicht. Nö. Ich... Ach, guck doch, tatsache... Ja, klar! Klar gibt's die. Oh, ich glaub, die hatte ich damals, weil die cool ist, weil sie riesig ist. Das ist eine riesige, riesige Gläfe. Warte, da gucken wir noch mal. Die können wir schmieden. Also könnten wir. Ähm, da der schlimme Flügel. Da brauchen wir ein bisschen was. Speichel. Ei, ei, ei. Okay. Warte, warte, falsch. Haben wir da auch ein neues? Ja! Oh, was kann das? Uh! Uh! Oh! Hm. Oh, vielleicht ist das was für mich. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich werd mir das überlegen. Aber vielleicht, vielleicht sehen wir uns damit bald wieder. Aber nur vielleicht. Das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann! Tschüssi!